Ich liebe solche Videos. Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga und der Faktenfuchs will wieder zuschlagen. Diesmal bin ich aber schneller als der Faktenfuchs. Und zwar hat der Faktenfuchs an mehrere meiner YouTube-Kollegen, unter anderem Chrissy Rieger, Dominik Kettner, Olli und Kolja von Aktien mit Kopf, eine Presseanfrage gestellt. Naja, Presseanfrage. Er hat denen ja eine E-Mail geschickt. Max Gilbert ist Team des Bayerischen Faktenfuchses, also kann ich natürlich hochwertigsten oder höchstwertigsten Journalismus von ihm erwarten. Gelernt hätte es zumindest mal. Die E-Mail? Ja. Wir werden uns also heute diese E-Mail anschauen. Wir werden uns heute auch anschauen, was da drin steht. Ich werde dazu da nur ein paar Sachen sagen, denn ihr wisst ja, der Faktenfuchs und ich, wir sind ja so. Ich werde dazu da, der Faktenfuchs und ich, wir sind ja so.